und jetzt mal entspannt nur um die campen gehen hier das zelt aufstellen ach leute so ist das doch schön hier erstmal mit meinem schweißen teilschen besser können wir die schnitzel schön schön oh leute ihr seid ja und damit herzlich willkommen zur neuen modpack nachstellung von mir herrte und ihr seht schon für die ganz schönen leute ich habe jetzt das minecraft ritual modpack nachgestellt weil mich heute einer auf einem discord gefragt hat hey kannst du mal das minecraft ritual modpack nachstellen habe ich gesagt ja kann ich mal machen habe ich gesehen zehn folgen sie im vormittag hingesetzt und so gut wie alle mods reingeklatscht die es gibt eigentlich leute ja eigentlich ist da alles drin bis auf die ärzte dieses dingsbums ja du reit und merit mehr ruckheit oder wie die heißen das ist irgendwie so eine ärzte mod wo ich keinen plan habe die von der hat keiner plan leute aber wir haben hier wieder mal seine schatten t shirts weil dingsbums die schatten edition über das ganze projekt tief hier wir haben diese mod das ist ein texture pack dass ich items decken können wie guckt leute hier das deckt sich oder das hier ja leute ihr wisst wie ich das meine dann haben die schweizer tärchen messer wir haben diese dinger wir haben netherite sachen die eigentlich nie gezeigt wurden ja aus einer mod wo ich glaube dass die drinnen ist heute das ist nur eine modpack nachstellung und nie 100 prozent das modpack hier haben wir einmal die ganzen monster den verfolgt haben leute welche das jetzt genau sind habe ich keinen plan leute ok sowas hat sie nicht verfolgt aber das sind die mobs hier aus der mod heute vertraut mir drauf das kann schon hin kommen hier ist dieses wie heißt es keine ahnung das kennt man leute ja keine ahnung wie ganz mobs heißen aber wenn ihr euch mehr durchsucht wird die safe finden die die sind hier bestimmt irgendwo leute das ist ok wir haben wir rauert genug leute aber ja so kann man noch irgendwas dazu sagen eigentlich nicht leute ich hoffe ihr habt spaß mit dem modpack und ihr freut euch dass ich nachgestellt habe leute für mehr modpack nachstellung oder so was zeigt da abonniert ich habe noch ganz coole andere sachen auf meinem kanal gönnt ihr euch mal wenn sie euch gefallen ich habe schlüssel modpack nachgestellt und andere mal text sucht einfach mal im kanal und so